Heute habe ich für dich eine Traumreise in ein Kaminzimmer. Ich hoffe, du kannst dich dabei wohlig entspannen und gemütlich einschlafen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da bist. Komm für diese Meditation zum Liegen in dein Bett. Deck dich gern mit einer Decke zu, damit du es schön warm hast. Deck dich gern mit einer Decke zu, damit du es schön warm hast.